Ich bin eingestellt, dass es da rüber geht. Was muss ich denn nochmal machen? Shit. In der nächsten Matchpause kommen wir nicht mal um die Webcams. Das ist nicht richtig so. Entweder habe ich es vergessen nachher reinzuschlöpseln, was ich selbst... Wir haben Virgil auf jeden Fall. Mhm. Frost. Oben. Oben. Sehr gut. Noch 10 Sekunden. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden bis Einsatz. Und Puls. Bombe gefunden. Belang zu ihrer Position und entschärfen sie. Und dann ist draußen. Mhm. Da kommt man drauf geschossen auf den, aber leider nicht... leider nicht bekommen. Na. Sie haben... Sie haben... Was vielleicht ganz interessant zu wissen ist. Sie haben das ähm... Rappeln ein bisschen fluider gemacht, wenn du aus dem... Rennen an die Wand kommst. Du musst nicht irgendwie mehr seltsam stehen bleiben. Sehr schön. Der Schuss. Das war wirklich nett. Hier ist direkt eine Frostfalle. Ich hab noch nicht. Das ist. Ihnen. Dann ist die wieder ab und da. Lich da an. Irgendwo hab ich ne größere... Da ist ein Dichter. Oh Gott. Da hinten stand Virgil. Scheiße. Ah ja, natürlich. Virgil guckt auf den Entschärfer. Natürlich macht er das. Das letzte Lope Kern. Da. Nice. Hallo? Hallo? Ja, ich habe nur zwei bisher. Ja, die dritte konnte ich nicht übernehmen. Hm, komisch. Okay, sind unsere beiden Dudes gestorben. Er plantet da. Und er läuft weg durch das... Ja, ich habe es gesehen. Ich bin inzwischen an der Wand. Hm. Oh. Da hinten sind zwei auf jeden Fall. Er läuft jetzt hier hinten so lang. Oh, Tatjanka ist hier. Ja. Hat sich gerade selbst weggefeuert. Sehr schön. Er hat den Entschärfer entdeckt. Ja. Steht direkt davor. Ist tot. Da kommt noch einer rein. Nice. Sauber. Sehr schön. Die ganze Zeit habe ich nur gescannt. Ja, sehr schön. Dafür habe ich die Camps übernommen. Ja. Das war richtig gut. Das ist wirklich komisch. Ich hatte noch eine Ladung mit der Brava-Drohne, aber ich konnte die dritte Camp nicht übernehmen. Komisch, ja. Am Anfang dachte ich noch, ich hätte daneben geschossen. Aber, falls es mal ein zweites und drittes Mal nicht funktioniert hat. Ja. Das ist komisch, ja. Brauchst, um da hochzukommen. Stimmt. Gut gemacht hast, damit da keiner hochlaufen kann. Ja, ergibt Sinn. Und als sie dann erst mal benommen war, standen sie da alle. Ja. Nicht im Schalter. Ich würde fast auch mal ausgehen, dass sie wieder da sind. Ja, ich denke auch mal. Ja. Achtung, eure Drohne hat eine Boppe lokalisiert. Sie haben Wirtjil. Ja, sie haben Wirtjil, den habe ich auch gerade gesehen. Ich war da kurz in Bezahlung, sie hätten Mira, aber das Fenster ist gleich wieder kaputt. Vielleicht haben sie es kaputt gemacht, direkt. Ja, warum sollte das jemand tun? Ja, sie haben Wirtjil. Ja, okay. Damit sie einfacher durchschießen können, aber was ist das denn für eine Logik? Ja. Die war es ja nicht nur. Die ist viel zu komisch geflogen. Mist, da hinten war eine, die habe ich fast getroffen. Die haben die Wand verstärkt, nachdem Mira da das Fenster kaputt gemacht hat. Dann ist es nicht vorgewiesen. Mira ist auch direkt in Wand. Okay. Ich sehe Leute, ah, da war wieder jemand. Du hast den jetzt schärfer Fall gelacht. Was? Von wo? Fuck, ist es hier? Schöne Kehlensiege. Äh... Ich bin gar nicht da. Der ist hinter mir. Ich entschärfe. Ja, Mira ist an ihrem Fenster. Ja, Mira ist an ihrem Fenster. Also, war an ihrem Fenster. Fuck, man rodent, schlirr, shit. Ah, shit, dahinten kam sie jetzt. Yes. Glück gehabt. Ja, habe ich nicht drauf geachtet. Scheiße. Ja, du, mich hat sie auch dunklen erwischt. Ich hatte die Wahl zwischen, achtest du auf den Türrahmen, oder achtest du auf das Fenster? Äh, ich habe auf den Türrahmen geachtet. Ja, ich auch. Ah, shit. Variante von seinem Nicknames. Ja, schon. Ach, guck mal, im gegnerischen Team habe ich, wenn ich jetzt gerade erst mal sind, da sind bestimmt drei Leute in einem Team. Ja. Die sind mehr, ihr muss schon aufgefallen. So, die sind unten. Die sind unten diesmal. Ja. Ja. Na ja, Sami. Ja, ich habe sie auch gerade gesehen, da hat sie mich erschossen. Ne, schade. Einsatz in zehn Sekunden. Achtung, eure Drohne hat eine Boppe lokalisiert. Fünf Sekunden bis Einsatz. Gelangst zu der Boppe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Aha, ich habe die Kamera gekriegt. Ja. Ich muss nochmal welche kriegen. Das ist ein Objective von mir. Wow. Nein. Shit. Es fehlte ein Schuss. Asami ist oben. Ja. Shit. War so knapp. Was geht hier ab? Mist. Äh. Ich gucke mal, Yannick, Zug. Und schärfer wurde erneut gesichert. Es sind richtig viele Kameras drin. Ja. Ah, Yannick. Ach, schade. Von wo? Von da. Oh, von dem Schreibtisch. Okay. Ja, gut. Den, den. Boah. Alter Schwede. Ja, den hättest du auch nicht sehen können. Ja, das ist nur ein gutes Versteck. Ja, das kann man gerne sagen. Wie habe ich gesagt, 15 Kameras, die wissen ganz genau, wo man ist. Ja, das stimmt. Anyway. Nee, jetzt nicht mehr. Ja. Sehr gut. Man muss nur einmal das richtige Mikro ausgewählt haben. Ja, das wäre hilfreich. Freut mich so, ne? Ja. Doch, durchaus. Sehr cool. Ja, wir sind gerade noch in einem Match. Das wird aber hoffentlich nicht mehr so lange dauern, weil wir liegen ja vorne, ne? Also deswegen. Ich muss wahrscheinlich hier erstmal eine Million Gigabyte ab jetzt runterladen. Na, drei Gigabyte waren's. Also, das ging sogar noch einigermaßen. Ich war sehr froh drum, meine Internetladung ist dann nicht mehr so die schnellste, deswegen war es schon mal ganz gut. War es da gedaugradet. Mhm, ja. War nicht sehr klar, aber naja. Du bist einfach keine Glasfaser. Nee, nee, nee. Hat die Vermieterin, äh, hat die Vermieterin nicht, äh, hier ins Haus gelegt. Achso. Also ausgebaut ist das. Freit ist, ich habe die perfekte Idee für ein Geschenk, für einbringeschenk für die Feier. Wir schneiden irgendwo ein Stückchen Glasfaser ab. Verpacken das schön. Ja. Super Idee. Finde ich klasse. Ja, bin ich auch für. Das hat Christoph jetzt aber zum Glück auch nicht gehört. Nein, 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 niemals. Ich wollte sowieso nochmal zum MediaMarkt oder so, äh, ich wollte noch meinen PC und die Bocken, die ich hier stehen habe, die habe ich jetzt über die USB-Audio-Interface-Gedüns verbunden und, äh, die haben aber auch einen optischen Eingang und dann dachte ich mir, filme ich das einfach da rüber und spare ich mir das USB-Ding. Ja. Also muss ich eh noch einen Glasfaser, äh, wie auch immer holen. Hm. Ich komme hier bei 5 durch. Ja, ist immer ein Schild, dude. Ich weiß nicht, ob ich mich anmelde. Okay, Carly konnte mich sehen. Ich konnte Carly nicht sehen. Das war sehr knapp. Aber offensichtlich bist du ja auch nicht gestorben, also. Zum Glück nicht, ne. Aber fast. Das war schon mal Carly. Sehr schön. Da ist jetzt nur noch Mira, äh, nicht Mira, die andere mit dem Fenster. Osa. Osa. Au. Gut, und wir haben ja auch noch einen. Ah, Osa ist fast tot. Okay, eigentlich nur zu 66%, aber egal. Ja, wenn Osa den plant, den hat, dann... Wo war Osa denn? Äh, draußen, bei dieser Wand, die kaputt ging. Also da. Da die Ecke. Oh. Genau. Ja, siehst du immer noch. Ja, gut. Sehr gut. Okay, und sie ist auch die letzte. Na, jetzt braucht sie sich schön auf. Ja. Ja, so soll sie man machen. Bitte. Ja, ich will nur sitzen. Ja. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, 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 hm. Können wir sie auf der Kamera sehen? Leider nein. Die hat eine Drohne reingeschickt. Ja, die ist tot. Und Team hat geschrieben, er hat erledigt das. Ja. Okay. Nur von hinten wahrscheinlich. Nur noch 15 Sekunden. Ja, sie kommt jetzt... Ja, sie kommt jetzt mit... Ja, perfekt. Ja. Nice. Ja, genau so. Sehr schön. Wunderschön, die ganze Zeit gepinkt. Mhm, ja. Ähm, Nem, Nem und L Volt, E L V O L T. Okay. Mh. Okay, dann machen wir hier zu. Aber das so zu suchen, ist schon mal nicht sehr aufflüssreich. Haben wir eben gute Außenwände? Na, die haben wir gerade schon verstärkt. Perfekt. Na ja, sehr gut. Die Gegner haben eine Bombe, so kann ich nicht. Alles. Verteidigung entsprechend planen. 5 Sekunden noch. Bombe vom Gegner entdeckt. Sperre scharf gemacht. Abstand halten. So, wo gehe ich hin? Ich stehe hier hin. Bis dahin. Gehe ich hier mit hin. Mal schauen. Okay, hier am Fenster war jemand. Äh, B. Hm. Bei uns ist auch wohl irgendwer an der Tür, aber. Okay, das war unser Wittel. Ja, der Wunschel war. Und der war oben. Ja, das ist so das Problem bei diesem Spot. Mhm. Irgendwo ist einer an den Trey, die Nile reingelaufen. Fuck. Ich hab' nicht getroffen. Ich bin möglichst gern entdeckt. Ich hab' eine Brune gekriegt. Einer ist vor der Tür, an der Treppe. Mhm. Ich hab' nicht getroffen. Oh, nein. Nummer eins. Boah, ich hatte gerade den... Da ist einer. Das Blackbeard ist bei zwei. Mhm. Nein. Shit. Shit. Jetzt seh' ich ihn nicht mehr. da war ich sehr offensichtlich schade ich finde den spot auch nicht besonders toll sehr gut hallo die noch am ehesten möge hat jeder markt ist sicherlich übertrieben ja aber also ja ich finde leer ist besser aufgebaut du findest dich viel schneller zurecht hier komme ich auch mal ein bisschen durcheinander also nichts gegen den gesamtaufbau von border sollten vielleicht diese dinge ist da oben zu machen ich mach das eben mal wenn du mal kurz hochläuft ja magst du mir die noch mal ping die da und zwei ist ja ich hab für die tokens die ich letzte season nicht benutzt habe drei packs bekommen zwei duplikates drin geil und meis sich dann ja fast sogar gelohnt ja ich meine ich hab immerhin ein paar renown nicht dass ich die bräuchte aber das schild vom fenster nein maverick ist zwei leute sind oben bei dem bei dem verschlossenen bei der verschlossenen luke die ich gemacht habe ja und der letzte ist draußen vor der tür ja herzschlag sensor eingesetzt ich sehe jetzt oben grad keinen mehr aber die kameras sind jetzt auch nicht so premium platziert hier die kameras sind jetzt auch nicht so premium platziert hier ok ja neid die 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 geiler der die die Okay, nice Wusste er denn, dass er da war Oder wollte er da einfach nur durch? Kein Schimmer Könnte auch sein, dass er durch wollte Wenn Christoph nach oben gearbeitet MVP hier MVP Und ich bin LVP LVP